Hallo und jetzt Willkommen zu ARC Survival EWOLF mit dem Sax Bucks und mit mir dem Yugi und wir haben jetzt hier noch einen weiteren Freund für Adam und das ist dann, ich hoffe es ist ein Mädchen, dann werde ich es Eva nennen. Es ist männlich, ja ok. Man kann nennen die Eva. Beide, zwei männliche Evas, äh männliche Adams. Ach keine Ahnung, Adam und Eva, mir scheißegal. Du heißt jetzt dann Eva. Ta-laa, bewusstlos. Also. Oh, das passt. Und er ist schon wach? Ne, noch nicht. Aber gleich, dauert ne, braucht nicht mehr lange. Also, ganz, ganz wenig. Komm, komm kurz zu mir. Ja, kann ich machen? Äh hier, nein, hinter dir. Juhu. Warte, das ist fertig. Ja Moment, ich muss eben Namen eingeben. Adam und Eva, hallo ihr beiden. Wo bist denn du jetzt? Da oben, hier. Da wo ist Thor, hier, hallo. Ah, da, da, ich seh dich, ok. Bis du irgendwas checkst. Gehen zwei Jahre. Ja. Schau auf den, Dino. Hast du, wie hast du das jetzt gemacht? Hast du, hast du niedergekloppelt? Nein. Ich hab, äh, Narko-Pfeile, doch. Ach, du hast da einen Bogen gemacht. Ja. Cool. Und der, und der ist Level 3, das war einfach, einfach. Cool. Okay, ich hab Narko, hier. Narko hab ich hier. Dann musst du mir erzwingen. Mhm, muss man erzwingen, auf jeden Fall. Geil. Dann brauchen wir noch einen Sattel für den irgendwann. Aber der braucht viel, glaub ich, ne? Sattel für 200, 260, glaub ich. Warte, du musst dich schauen, ah, und was, wie heißt der überhaupt? Äh, Tri-Z-Dings-Booms. Tri-Zeraptos. Tri-Zer-A-Tops. Ein Tri-Zer-A-Tops. Das geht aber auch schnell, ey. Hab ich noch nicht in Tagebuch. Lol. Okay. Okay. Tri-Zer-A-Tops. Den Sattel mein ich, ne? S-A-T. Und dann, C. Mit Z-Sping an, oder? Ja, Tri-Z. Tri-Zer-A-Tops, glaub ich. C, warte mal. Parasur. Äh. Z-A-T. Traumbe, B-B-B-B. Pachi, Raptor. Äh, Vogel, nein. Oh, ja, ja, ja. Wo ist Tri-Z, wo ist Tri-Z, ey? Tri-Zer-A-Tops. Zwölf. Ich könnte einen machen, soll ich machen? Zwölf? Ja, zwölf XP brauchen wir dafür. Aber nein, welche Level brauche ich? Brauchst du? Äh. Nicht, steht dir nix. Raptor? Brauchst du kein Level für. Brauchst du kein Level für. Echt? Steht dir auf jeden Fall nü. Steht dir nix. Also, das ist... Neben dem Ofen. Ah, hab ich schon, ja, sehe ich. Kannst du machen. Wie viele Punkte hast du überhaupt noch? Ich hab 152 Punkte zu vergeben. Zwei... Wie viel? 152. Ja, ich hab ja noch nicht so viel gemacht. Ich hab 97. Echt, wir brauchen nur 140 Tierhaut, das geht ja. Wie viel? 150. 140, dann haben wir einen Sattel. Dann können wir mit dem immer locker, äh... Ja, so... Dingens farmen und den mitnehmen. Ja, dann musst du... Die Haut, Fleisch, alles sammeln. Ja. Warte mal. Ich will mir auch einen Bogen machen. Fleisch? Herstellbares. Wo ist der Bogen jetzt? Ich brauch unbedingt meinen Bogen. Da ist der Bogen. Steinschleuder muss ich zuerst lernen. Okay. Mein erster Steinschleuder. Ja, ich muss da auch. Steinschleuder hab ich gelernt. Jetzt lern ich den Bogen. Jetzt lern ich die Pfeile. Und dann muss ich noch die Giftpfeile lernen, oder? Ja. Nicht gelernt. Betäubungsfall. Genau. Und dafür brauchst du Pfeile zu herstellen. Und dann kannst du Narkotikpfeile. Aber dafür brauchst du Narkotikmittel. Ein paar Fasern, echt? Ja. Ich sag mal ein paar Fasern. Mit denen wird es schnell zu Narkotik zu formen. Ich kann einen. Jetzt hab ich meinen Bogen. Cool. So. Bewusstlos. Oh, der ist halt bewusstlos. Okay. Okay. Na, ihr zwei Hübschen? Nee, gefällt mir. Äh, wir müssen mal ein paar Steine kloppen gehen. Jungs. Ich brauch Steine. Äh, zu Hause sind's Steine, so. Ja, aber ich hab jetzt keinen Bock nach Hause zu rennen. Ganz ehrlich. Damit ich mir ein paar Pfeile machen kann. So, Stroh, Feuerstein und Fasern. Stroh, Feuerstein und Fasern. Feuerstein. Hm. Der braucht irgendwie ewig, gell? Bist normal. Ewig? Das ist doch nicht ewig, ey. Ich hab ja schon viele getarnt, die haben drei Tage gebraucht. Saurier. Drei Tage und drei Nächte. Ach, du Scheiße. Und ein Level 8 da. Level 8 da Flugsaurier zu tarmen. Ohne Scheiß. Aber ich hatte dann da schon drei Raptoren dabei und zu verteidigen war eigentlich ganz gut, wenn da mal was kam. Hm. Hm. Am besten. Feine. Da hatte, glaub ich, fünf Dilos, einen Triziraptor und drei, drei Raptoren. Die hab ich dann mit mir rumgeschleppt. Das war cool. Okay. So. So. Also ich hab's schön gemacht, oder? Mit dem Brücke. Mit die Brücke. Mhm. Warte, Achtung. Ach so, die Narko, die Narko-Dinger sind hier drin, ne? Äh, super. Bewusstlos noch? Okay, er ist noch bewusstlos. Benutzen der Zwing. Sehr schön. Gib mir mal die Hälfte von den Dingern. Ich brauch' ein paar Pfeile. Äh, okay. Äh, was? Was denn? Weil ich hab drei Steine, äh, auf der, auf dem Wasser gekloppt, gell? Ja. Und ich hab davon neun, äh, äh, Metall rausgeholt. Und das brauch' ich noch. Und dann kann ich was bauen, was ich wollte vorher. Ja, vor, glaub' ich, fünf, vier Folgen. Vor fünf, vier Folgen. Fünfzehn, hundert Folgen. Ja, übertreib. Ja. Ne, ich, sowieso. Ich übertreib doch immer ein bisschen. Yeah, ich hab' einen Bogen. Wo ist der Bogen? Auf die sechs gelegt, mit einer Kote feilen. Komm, einer, ich probier's bei den Jungs jetzt hier aus. Werdet ihr dann betäubt oder töte ich euch? Nein, das wär' dumm. Ich lass' das sein. Ich hab' euch doch schon. Ihr habt euch doch lieb. Meinen lieben kleinen Süßen. Ich freu' mich so, dass ich euch hab'. Adam und Eva. Entschuldigung. Aha. Du, du männliche Eva. Jo, der braucht eine Weile, bis er hat... Ey, ach, hast du, ähm, hast du vielleicht... Warte mal. Bleib du mal hier. Äh, nicht mehr folgen. Wo hab' ich das draufgesetzt? Warte mal, nicht mehr folgen. Okay. Oder soll ich die mitnehmen? Komm, ich nehme euch mit. Nein. Jetzt weiß ich den Pfiff nicht mehr. Wo hab' ich denn draufgesetzt? Wie hab' ich's jetzt gemacht? Folgen oder nicht folgen? Neutral. Ah, da war Folgen. Ich nehm' die jetzt mit, die beiden. Ich geh' mal, äh, in den Sattel basteln. Hä? Ach, alle Folgen muss ich auch machen. Warte mal. Aktiv wandern. Wo ist jetzt hier Folgen? Oh, jetzt hast du mein Leder. Hm, siehst du schick aus. Ja. Komm' mit, die beiden. Ähm, ich brauch' euch. Oh, das hat Fackeln gemacht. Warte, 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 warte. Ich hab, ich hab, ich hab was. Tolle Idee. Was hast du für ne tolle Idee? Hä? Hast du den Flugzeuger angeschossen? Ja. Ich wollte betäuben. Normal brauchen die nur einen Pfeil. Ne. Wenn die ziemlich low sind. Ehrlich. Die war Level 4. Okay, normal müsste sofort umfallen. Ich glaub' man musste ich zwei machen. Ich hab' zu lange gewartet wahrscheinlich. Ja, wenn, dann machen wir das zusammen. Da hat jeder einen Pfeil direkt abschießt. Flugtisursaurier sind so scheiße. Ich hab's so viel scheiße mit. Kann mir mal einer was abnehmen? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte Rüstung. Gut, dann verteile ich meine Punkte demnächst auf Rüstung. Und auf Sattel und sowas mache ich dann. Oh, kann ich wohl. Ja, geil. Oh, komm, dich könnten wir ja haben. Nein, der läuft mir zu weit weg, der läuft mir ins Wasser. Oh. Kommt ihr hier rein? Kommt hier rein. Kommt, schafft ihr das? Lauft mir nach. Ja, was ist das? Okay. Ja, der eine rafft es nicht, wie er hier reinkommt. Oh, der braucht echt lange. Der braucht echt lange. Ja. Der Rüstung ist sehr ruhig. Er kann ihn einfach ruhen lassen. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier alle Folgen mache. Auf alle Folgen. Ich weiß nicht, wie soll ich jetzt doppelt. Warum? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Nee, mach ich nicht die Stream, äh, in Aufnahmen. Vielleicht muss ich dich leiser einstellen. Alle mir folgen. J ist das. Und nicht mehr folgen. Alle stehen bleiben. Oh, okay. Dann mach mal. Äh, wo bist du, Schatzi? Schatzi, wo bist du? Am Haus. Am Haus. Ich hole, ich hole, ähm, Dingens. Leder. Haben wir genug Leder? 140 Leder brauchen wir. Warte, wo bist du? Stein, Fasern. Ah, kein Wunder. Du redest auch nicht in-game. Ah, weil ich jetzt U gedrückt habe. Sag was? Nee, B habe ich gedrückt. So, jetzt ist es weg. Ja, jetzt ist es weg. Ja, ich habe die Tassen gerade durchgedrückt, um zu gucken, wie ich die Befehle mache. So, äh, ich brauche ich... Gibt es Stühle? Du hast einen Stuhl gebaut. Ja, weil ich brauche noch Tisch. Und für Tisch brauche ich die... Ach, da gibt es Stühle. ...Metal. Cool. Fangen wir. Hast du noch Leder bei dir? Nein. Nein, ich habe alles in diese Kiste reingemacht. Was ist denn das? Hm, das wäre eigentlich das... ...das Leder für mein Floß. Weil ich will mit dem rumreiten. Nein, ich habe... Wir haben zu wenig Leder. Wir brauchen 140 Leder. Greife Ziel an? Nein, nicht angreifen. Neutral. Wo ist mein Dino? Wo ist mein Dino? Wo ist mein Dino? Oh, schau. Ich sehe mein Dino nicht mehr. Schafft das bestimmt nicht raus. Ich habe den einen mit reingebracht, aber er kommt nicht mit raus. Der hängt in der Tür fest. Komm du. Komm zu mir. Ah, da ist. Durch die Tür hier. Komm durch die Tür. Durch die Tür. Durch die Tür. Durch die Tür. Ja, brav. Ja, komm. Komm. Ja, noch ein Stück. Komm. Komm. Ah, ja. Sehr schön. Dann kommt mal wieder mit, ihr beiden. Ja, egal. Wir haben nicht genug... Ah, die Tür konnte ich zumachen, ne? Übrigens. Hierzu. Na, oh. Das reicht schon vollkommen. Scheiße, habe ich Nako zu viel gegeben. Ich habe nicht gedacht, die machen so viel voll. Und voll. Was heißt zu viel Nako gegeben? Hier ist die Brücke. Mitkommen. Weil diese Bewusstlosung war fast fertig, äh, fast weg, gell? Ich habe, glaube ich, elf Stück reingegangen, gemacht, gell? Ja. Und der Balken ist voll. Ja, die musst du nach und nach reinmachen. Die sind wertvoll. Ja, aber mit diesem, wenn du am Sattel, das geht rastfatz. Ja, ich weiß. Wenn du, wenn du den reiten kannst, eben. Wir brauchen einen Sattel, um dann viel mehr Narko-Zeug zu sammeln und so. Wie sieht's aus? Oh, ist doch fast fertig. Wie soll er heißen? Du bist dran. Du bist jetzt mit der Namensvergebung dran. Und das ist weiblich, gell? Das ist weiblich? Ja. Also. Püppchen. Püppchen? Mhm. Ich finde das so geil. Schade, das steigt nur ein Level ab. Ich sammle mal ein bisschen. Noch ein paar Narko-Bären, falls es nicht reicht. Oder für das nächste Mal. Mhm. Ah. Komm. Wie sieht's hier aus? Häuser. Wie nimm ich denn die? Ja, wie, 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 sie. Wie, wie benennst du sie? Schwuli. Nein. Gib ihr den richtigen Namen. Bitte. Das ist eine sie. Respektiere sie, bitte. Bisschen Respekt. So. Jetzt hab ich. Petra. Ja, ist doch super. Petra. Hallo, Petra. Jetzt Petra freilassen. Nein, nix Petra freilassen. Petra, folgt mir jetzt. Sax Bugs Level. Folge Sax Bugs. Nein, mir folgen. Äh. Äh. Ah, scheiße. Die hängt fest. Ja. Die backt da fest, oder? Ja. Warte, 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 warte. Kannst du wegmachen? Ja. Ohne sie zu verletzen. Ja. Hoffe ich. Warte. Geht's jetzt? Ich bin. Ja. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin voll. Ich bin schwer. Kannst du mir mal was abnehmen? Ja, klar. Wo hast du die Scheiße? Hier. Ich hab. 85 Holz fallen lassen. Und noch ein bisschen Stroh. Kannst du das auch nehmen? Ja, klar. Gut, danke schön. Da sind die beiden. Da kann man jetzt was reinpacken, ne? Ja, nimm mal mein Scheiße mit. Ja. Wieso folge mich nicht? Ja, jetzt folge Yogi. Super. Entschuldigung. Jetzt. Komm. Folg mir. Weil du hast wahrscheinlich gepfiffen. Tadam, 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 tadam. Ja, der Fleischfresser hat den. Wollen wir gehen. Wir gehen ein bisschen Leder farmen. Beiden. Wir müssen tolle Tiere töten. Wir brauchen Leder, Leder. Leder. Leder, Leder. Ja. So. Die können bestimmt noch keine Schildkröte platt machen, oder? dafür sind die zu laut viel zu laut auch keine kleine die muss mehr leben haben und mehr damage machen level 16 so schauen wir mal wo ist das das sollte ganz unten sein oder ja zehnmal okay von mir aus ich denke wir sind auf neutral warum greifen die dann an vielleicht hat dich angegriffen oder hat ja ja dann dann wird er dich angreifen wenn die greifen dich an dann die greifen mit dir an denken da guck mal der hat sich hier verfangen cool aber der braucht auch fleisch wie viel fleisch haben wir denn noch der hängt fest der ist level was ist der level 5 peter rondon peter ronodon der peter ronodon hängt da im ach dann lassen wir den da hängen dann kommen morgen wieder ich habe jetzt nicht genug fleisch um den zu thamen töten will ich nicht vielleicht hängt er ja morgen immer noch da drin was ist denn hier ach ja was soll man denn da hinten machen oh jetzt hat sie jetzt ist er wieder weg okay er hat sich frei gemacht gold doch 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 einfach doch dass